In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie sich der Klimawandel denn nun auf Migration und Migrationsprozesse auswirkt. Wir schauen ein bisschen rein, was wir tatsächlich gesichert wissen, was möglich oder wahrscheinlich ist und was auch eher unwahrscheinlich ist. Und wir schauen uns die Komplexität dieser Beziehung noch mal genauer an. Also was wissen wir denn ziemlich sicher? Wir haben relativ verlässliche Zahlen für die Anzahl der durch extreme Wetterereignisse jedes Jahr Vertriebenen. Zum Beispiel durch Hurrikanen oder tropische Wirbelstürme, durch Hangrutschungen und so weiter. Die werden vor allem erhoben vom Zentrum für das Monitoring von Binnenmigration oder Binnenvertreibung vom Internal Displacement Monitoring Center, dem IDMC, die Medienberichte, nationale Statistiken und Katastrophenberichte von Hilfsorganisationen auswerten, tatsächlich auch verifizieren und das alles sehr, sehr minutiös auflisten. Daher kennen wir die Zahlen. Jetzt sind es, ich glaube, von 2008 bis 2019 oder mittlerweile 2020 eigentlich relativ gut. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass in den letzten Jahren tatsächlich mehr, deutlich mehr Leute durch Umweltereignisse als durch Konflikt vertrieben worden sind und auch mehr Leute durch klimatisch bedingte Ereignisse oder durch Extremwetterereignisse als durch geophysikalische, also durch Erdbeben oder Vulkanausbrüche beispielsweise. In dieser Grafik ist abgebildet die Anzahl der durch Naturereignisse in den Jahren 2008 bis 2016 jeweils neu vertriebenen. In den oberen Balken sieht man die Anzahl der durch Extremwetterereignisse und in den unteren Balken die Zahl der durch geophysikalische Ereignisse vertriebenen. Man sieht, das schwankt immer so, das hängt davon ab. Ein einziges großes Ereignis kann natürlich die Vertreibung von zahlreichen Menschen zur Folge haben. Deshalb gibt es jedes Jahr sehr stark unterschiedliche Werte da drin. Im Moment ist kein klarer Trend erkennbar, dass in den Jahren die Zahl der durch Extremwetterereignisse Vertriebenen eindeutig steigt oder sinkt. Diese Grafik zu insgesamt Neuvertriebenen im Jahr 2015 schlüsselt einmal alle weltweit neu durch Konflikte oder durch andere Ereignisse Vertriebenen auf. Was hier deutlich wird, sind der große Anteil von Vertreibungen, die innerhalb von Ländern stattfinden. Das ist der untere Teil der Grafik und der nach absoluten Zahlen zwar immer noch bedeutsame, aber relativ gesehen zu den Binnenvertreibungen doch relativ kleine Zahl der internationalen Vertreibungen oder Fluchtbewegungen dann. Hier werden folgende Dinge deutlich. Erstens, die Zahl der intern innerhalb von Ländergrenzen Vertriebenen ist sehr viel größer als die Zahl derjenigen, die sich auf internationale Fluchtbewegungen aufmachen und die Zahl der durch Extremwetter und geophysikalische Ereignisse, also durch sogenannte Naturereignisse Vertriebenen, ist auch deutlich größer als die Zahl der durch Konflikt Binnenvertriebenen. Was wir nicht kennen, das wäre die Unbekannte in diesem Diagramm, die Zahl der durch Extremwetter oder geophysikalische Ereignisse zu internationaler Migration gezwungen an, also international vertriebenen Geflüchteten. Die werden nicht gezählt, dafür werden keine Daten erhoben. Ein Punkt, der hier wichtig ist, ist die Frage, vertrieben wie lange. Nehmen wir das Beispiel Wirbelsturm Haiyan auf den Philippinen. Das war ein tropischer Wirbelsturm der Kategorie 5, der im November 2013 unter anderem über die Philippinen hinweg gezogen ist und allein in den Philippinen für fast vier Millionen Binnenvertriebene gesorgt hat. In Vietnam, China und anderen Ländern kamen dann noch ungefähr eine Million weitere durch diesen Wirbelsturm Vertriebene hinzu. Was wichtig ist, dass in den Philippinen etwa anderthalb Jahre später ca. 98 Prozent dieser durch den Wirbelsturm Haiyan Vertriebenen wieder in ihre Heimatorte zurückgezogen sind. Das heißt, abgesehen davon, dass deren Lebensgrundlage natürlich immer noch zerstört oder nicht das Niveau von vor dem Wirbelsturm erreicht hatte, dass die auf jeden Fall schon mal zurückgekehrt sind. Das ist der eine Punkt, warum es, denken wir zurück an die Studie, die zu einer Milliarde Klimaflüchtling gekommen ist, methodisch nicht zulässig ist, einfach jährlich Neuvertriebene aufzuaddieren und dann zu extrapolieren und zu sagen, dann haben wir natürlich im Jahr 2050 eine Milliarde Klimavertriebene. Was in der Wissenschaft vermutet wird oder was wir als wahrscheinlich ansehen, die direkten und indirekten Folgen des Klimawandels in Kombination mit anderen Faktoren, wir haben gesehen, Klimawandel wirkt als Risikoverstärker, werden wahrscheinlich zu mehr Migration führen. Leute werden unter Druck kommen, Lebensverhältnisse, Livelihoods werden stärker unter Stress geraten und das wird wahrscheinlich auch unter anderem auch zu mehr Migration führen. Diese wird sehr wahrscheinlich in der allermeisten Zahl der Fälle innerhalb von Ländern stattfinden, denn wer aufgrund von schwierigen oder stressbedingt Veränderungen der Lebensverhältnisse migriert, der hat meistens nicht viele Ressourcen, um große internationale Distanzen zu bewältigen. Das heißt nicht, dass es gar keine Migration geben wird, internationale Migration aufgrund von Klimaveränderungen, aber sehr wahrscheinlich wird die meiste klimabedingte Bewegung innerhalb von Ländergrenzen stattfinden. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass nicht unbedingt ganze Haushalte, ganze Dörfer oder Bevölkerungsgruppen migrieren, sondern Einzelpersonen aus Haushalten, um den Haushalt, die Familie zu unterstützen. Der jüngste Sohn geht in die Stadt zum Arbeiten und schickt dann Geld nach Hause, die dem Haushalt hilft, über die Runden zu kommen, mit den Folgen von sinkender landwirtschaftlicher Produktivität beispielsweise klarzukommen. Wie wichtig diese Migration und die Unterstützung von Haushalten in den Herkunftsregionen ist, sieht man in dieser Grafik daran, dass die internationalen Rücküberweisungen, also das Geld, was Migrantinnen und Migranten aus Zielländern allein international schon in ihre Herkunftsländer und Regionen überweisen, die Quote der internationalen Entwicklungshilfe um das Dreifache übersteigt. Das ist also ein ganz bedeutender Faktor der Finanzflüsse. Wie groß Rücküberweisungen innerhalb der Länder sind, wissen wir gar nicht. Da gibt es keine gesamten Schätzungen. Auch innerhalb der Länder gibt es sehr unterschiedliche Datenlagen. Wir sind uns aber sicher, dass das ein ganz bedeutsamer Faktor des Transfers ist. Auf jeden Fall wird der Klimawandel ein bedeutsamer zusätzlicher Stressfaktor sein. Wir beobachten schon, dass er das in einzelnen Weltregionen auch tatsächlich schon ist und das ist sehr wahrscheinlich. Das lässt sich abschätzen, dass das noch stärker werden wird. Betroffen sein werden, da kommt wieder das Thema Klimagerechtigkeit rein, das haben wir auch schon gehört in den anderen Lektionen, vor allem sowieso schon verwundbare und benachteiligte Bevölkerungsgruppe Arme, die ländliche Bevölkerung, Bevölkerung in städtischen Armutsquartieren, auch in Regionen, die ohnehin schon am Limit der Belastbarkeit sozusagen sind, in einzelnen Weltregionen, die sowieso von Dürre und klimatischer Variabilität betroffen sind, wird das wahrscheinlich einen sehr starken zusätzlichen Stressfaktor bedeuten. Eine weitere Möglichkeit, wie Klimawandel sich auf Wanderung oder auch Fluchtbewegungen und Vertreibungen auswirken kann, ist über den Zwischenfaktor Konflikte. Sprich, Klimawandel führt zu Ressourcenverknappungen oder zusätzlichen Stress in Livelihoodskonstellationen, das führt zu Konflikten und das führt zu Abwanderungen oder zu Flucht aus diesen Regionen oder dann sogar über Ländergrenzen hinaus. Dieser Wirkungskomplex, also Klimawandel, Konflikt, Migration oder Flucht, ist nicht ganz eindeutig, da wird aktuell zu geforscht. Wir müssen einfach abwarten, dass wir mehr belastbare, auch empirische Daten und Ergebnisse haben, um dazu klarere Aussagen treffen zu können. Ein Beispiel, was gerne dafür herangezogen wird, aber auch tatsächlich sehr umstritten ist, ist das Beispiel Syrien. Wir hatten besonders im Nordosten von Syrien oder in der ganzen Region in den Jahren 2007 bis 2010 eine sehr starke Dürre, eine lang anhaltende Dürre, die dazu geführt hat, dass die Landwirtschaft im Nordosten von Syrien eigentlich die Kornkammern des Landes quasi zusammengebrochen ist. Wir wissen aus der Attributionsforschung mittlerweile, dass diese Dürre tatsächlich auch mit dem Klimawandel zu einem gewissen Grad in Verbindung steht. Diese Dürre hat zum Zusammenbrechen der Landwirtschaft im Nordosten von Syrien geführt. Es gab Wanderungen von da dann in die Städte in Syrien. Wie viele das waren, das wissen wir gar nicht genau. Es gibt die Zahl von 1,5 Millionen Binnenvertriebene oder Migranten, die im Zuge dieser Dürre in die Städte gegangen sind. Die bezieht sich aber auf eine einzige Nennung in einem UN-Bericht. Es gibt keine wirklich klare Quellenlage da. Andere Quellen gehen von Schätzungen von 4.000 bis 500.000 aus. Unklar. Das ist sehr wahrscheinlich, dass es zur Migration geführt hat oder das ist auch beobachtbar, aber wir haben da keine klaren Zahlen zu. Dann gab es 2011 Schülerproteste und Verhaftungen. Polizei hat auf Demonstranten geschossen und es kam zu den eskalierenden Unruhen. Inwieweit das jetzt mit den zugewanderten Migranten in die Städte zu tun hat oder nicht, ist auch unklar. Es ist plausibel, dass die vielen zusätzlichen Migranten in den Städten und der Druck, den das auf Infrastruktur, auf das Schulsystem, auf Müllabfuhr, auf Beschäftigung und so weiter auf den Wohnungsmarkt geführt hat, zu Spannungen geführt hat. Aber in der Ereigniskette, die wir mittlerweile mehr oder weniger kennen, Schülerproteste, Elternproteste und das Ganze eskalierend, ist nicht klar, welche Bedeutung diese Migration jetzt da drin hat. Wie das weitergegangen ist, ist dann klarer. Es gab den eskalierenden Konflikt, den Bürgerkrieg mit den vielen verschiedenen Parteien und der fluchtanhaltenden Fluchtbewegung aus Syrien heraus. Welche Rolle hat der Klimawandel jetzt da gespielt? Das ist sehr, sehr schwer festzumachen und wir haben im Moment auch nicht die Gelegenheit, in das Land zu gehen und tatsächlich Leute zu befragen, Statistiken auszuwerten, Archivarbeit zu betreiben. Das ist also ein Beispiel, was extrem umstritten ist in der Forschung, ob nun diese Flucht oder inwieweit diese Flucht nun mit dem Klimawandel zu tun hat oder nicht. Also Zwischenstand, welchen Einfluss hat denn nun Klimawandel auf Migration? Klimawandel hat schon und wird sicher auch einen steigenden Anteil daran haben, dass es mehr kurz- oder längerfristige Migration und Migrantinnen und Migranten gibt. Aber wir können wirklich nicht sicher sagen, wie viele das sein werden. Und viele, die meisten dieser Migranten werden wahrscheinlich innerhalb ihrer Ländergrenzen sich bewegen. Warum ist das jetzt so kompliziert? Warum kommen wir so schwer auf klare Schätzungen oder Daten dazu? Was wir sagen können, ist, dass tatsächlich die Zusammenhänge zwischen Umweltwandel und Migration wirklich nicht nur kompliziert sind, sondern in der Tat komplex. Wir haben also unterschiedliche Systeme, soziale Systeme, kulturelle Systeme, ökologische Systeme, Wirtschaftssysteme, aber auch politische Systeme, die zwischen Umweltwandel oder Klimawandel auf der einen Seite und Migration, Migrationsentscheidungen auf der anderen Seite stehen. In den allerseltensten Fällen werden Leute Migrationsentscheidungen treffen aufgrund von direkten Klimadaten oder Umweltwandeldaten, sondern es geht da um die Auswirkungen auf Livelihoods, also auf die ländliche Produktivität der Landwirtschaft beispielsweise, auf die Zahl oder auf eine Erhöhung der Risiken zur Lebenssituation durch Hangrutschung beispielsweise. Was dazu kommt, ist, dass bestehende Migrationssysteme oft historisch eingebettet sind, wo es schon aus bestimmten Regionen Migranten in andere Regionen oder Länder gibt. Da besteht Wissen, da bestehen Netzwerke, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Migration entlang dieser bestehenden Netzwerke stattfindet, sehr viel größer, als dass Migration einfach in irgendwelche anderen ganz neuen Regionen stattfindet. Das heißt, Migrationssysteme sind historisch bedingt und eingebettet. Prozesse des Umweltwandels und des Klimawandels werden sich auf Migration also auch in der Form auswirken, dass sie bestehende Migrationssysteme verstärken oder ändern, möglicherweise auch neue erzeugen, aber wir müssen diese bestehenden Migrationssysteme da besonders berücksichtigen. Wir haben einen klassischen Fall von Bounded Rationality, also der bedingten Eingebettetheit von rationalen Entscheidungen in den jeweiligen Kontext und in jeweilige Situationen. Migrationsentscheidungen, wie gesagt, finden nicht statt aufgrund von, wahrscheinlich sehr selten aufgrund von Messdaten bezüglich von Niederschlag oder Temperaturanstiegen, sondern aufgrund von lokalen Interpretationen. Und diese lokalen Interpretationen, die ja dann die Grundlage für Migrationsentscheidungen sind, die finden statt innerhalb von Wertesystemen, innerhalb von Aushandlungsprozessen, innerhalb von Perspektiven und Perzeptionen, die kulturell und sozial und auch politisch eingebettet und bedingt sind. Und für die auch, das ist der nächste Punkt, mediale Diskurse eine Bedeutung haben. Sprich, ob der Klimawandel als Bedrohung der eigenen Lebenssituation wahrgenommen wird, das hängt natürlich von der Auswirkung auf den jeweiligen Kontext ab. Das hängt aber auch davon ab, wie Klimawandel medial diskutiert wird. Hier sind also lokale Diskurspraktiken und die Einbettung in den jeweiligen kulturellen, sozialen, aber auch politischen Kontext auf vielen Ebenen relevant. Ein wichtiger Begriff hier sind die sogenannten valued objectives, also Ziele oder Werte, die von Bedeutung sind, denen im jeweiligen Kontext Bedeutung beigemessen wird. Und was nun als bedeutsamer achtet wird oder nicht im Leben, ist das die Fähigkeit, weiter Reisbauer zu sein? Ist das die Fähigkeit, genug Einkommen zu erwirtschaften? Ist das das Beibehalten von sozialen Institutionen und Netzwerken im Ort, die mich davon abhalten, möglicherweise zu migrieren? Oder ist das die Verbesserung der Einkommenssituation, die mich dazu bringen kann, zu migrieren? Das hängt natürlich von den sozialen, kulturellen Gegebenheiten vor Ort ab und wird auch ständig neu ausgehandelt. Machtprozesse spielen hier eine bedeutsame Rolle. Genderunterschiede, Unterschiede in den Positionalitäten von Individuen, von Haushalten, aber auch von Gemeinschaften in größeren Kontexten. Wir sehen also, im Gesamtkontext ist der Zusammenhang zwischen Umwelt, Klimawandel und Migrationsentscheidungen über eine Vielzahl von miteinander verschachtelten Systemen und Prozessen verwoben und ist deshalb eine relativ komplizierte Angelegenheit. Komplex im wahrsten Sinne des Wortes. Nehmen wir als Beispiel für die Komplexität von solchen Beziehungen einmal eine komplexe Krise. Thailand in den 1990er Jahren. Was ist da passiert? Wir hatten Anfang, Mitte der 90er Jahre eine lange Zeit des Strukturwandels, der Wanderung von Menschen in die Städte, der Industrialisierung, aber auch eine längere Dürreperiode. Das hat dazu geführt, dass es eine relativ große Welle von Abwanderung aus dem ärmeren Nordost von Thailand vor allem nach Bangkok in die industriellen Zentren gekommen ist. Vor 1997 muss man sagen, denn 1997 hatten wir ausgehend von einer Immobilienmarktkrise in Bangkok die große Asienkrise 2007, 2008 mit einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen in der Hauptstadtregion. Das hat dazu geführt, dass es teilweise eine wirkliche Rückwanderung von Bangkok in den Nordosten von Thailand gab, weil Migranten, Arbeitsmigrantinnen und Migranten in der städtischen Umgebung ihre Arbeit verloren haben, keine Lebensgrundlage mehr hatten und dann zurückgegangen sind auf das Land, wo sie ja noch die Lebensbasis ihres Haushaltes hatten. Im Zuge dieser Krise kam es zu einer steigenden Inflation. Durch die Rückwanderung und den Verlust der Arbeitsplätze der Migranten kam es zu sinkenden Einkommen in den ländlichen Regionen und auch zu steigenden Kosten in den Haushalten. Das alles hat dazu geführt, dass wir einen relativ drastischen Anstieg der internationalen Arbeitsmigration hatten aus Thailand, in der Zeit dann in andere südasiatische Länder, die von der Asienkrise weniger betroffen waren, nach Taiwan, nach Südkorea ging das dann. Wir sehen also, dass letzten Endes in der Verkettung dieser, in der wechselseitigen Verkettung von sozialen, von klimatischen, von ökonomischen Prozessen, wir sagen können, ja, Umweltwandel und Umweltprozesse, diese Dürre, hat irgendwo einen Einfluss auf internationale Migration, aber der ist so indirekt, dass wir schlecht sagen können, diese internationale Arbeitsmigration ist nun umweltbedingt. Aber es gab irgendwo in der komplexen, kausalen Verbindung von Faktoren natürlich einen Einfluss, den Umweltwandel hier hatte. Um das zusammenzufassen, Klimawandel und Migration stehen in keinem einfachen Ursache-Wirkungsverhältnis oder in sehr, sehr seltenen Fällen, sondern wir haben hier sehr komplexe Zusammenhänge. Es gibt viele Teilsysteme, die da beteiligt sind, die Wirtschaft, Politik, Konflikte, Bildung, Lebensstile, Wahrnehmung und so weiter und so fort. Man könnte das vergleichen, Sie kennen vielleicht die Smoothie, Fruchtgetränke, Flaschen, auf denen dann steht 20 Prozent Apfel, 18 Prozent Banane, so und so viel Prozent Rote Beeren, so und so viel Prozent Cranberries und so weiter. Wenn wir uns Migrationsentscheidungen so vorstellen, so wäre das vielleicht. Da gibt es vielleicht x Prozent Umweltwandel, x Prozent Lebensstil, x Prozent Wirtschaft, x Prozent kulturelle Faktoren, die zu Migrationsentscheidungen führen. Diese Flasche oder diese Anteile sind sehr wahrscheinlich bei jeder einzelnen Migrationsentscheidung im gleichen Dorf, sogar im gleichen Haushalt unterschiedlich. Die jüngere Tochter hat andere Anteile von Lebensstil, von sozialer Erwartung, von Umweltwandel, weil sie vielleicht das Farmland der Eltern nicht übernehmen wird, als der ältere Bruder, wenn es zu Migrationsentscheidungen kommt. Auch das Beispiel der Migrationsentscheidungsflasche mit den unterschiedlichen Anteilen ist aus zwei Gründen nicht ganz einfach. Einmal, weil diese Flasche für jedes Individuum anders aussieht als für das andere. Und das Zweite ist, dass wir kaum in der Lage sein werden, einzelne Prozentzahlen tatsächlich abzugrenzen. Wie viel Prozent oder wie groß ist der Anteil von umweltbedingten Faktoren für Migrationsentscheidungen? Anders sieht das natürlich aus, wenn tatsächlich Lebenssysteme zerstört werden durch Umweltereignisse oder durch den Klimawandel. Reden wir von Meeresspiegelanstieg oder Bodenversalzung oder Prozessen, die tatsächlich zu so massiver Reduktion von Livelihoods führen, dass Leute vertrieben werden durch Umweltfaktoren. Auf dem großen Kontinuum von Migrationsentscheidungen gibt es nun tatsächlich Fälle, in denen der Umweltwandel sehr klar und abgrenzbar zu Migrationsentscheidungen führt. Vor allem, wenn wir von umweltbedingter Vertreibung reden, denken wir an den Meeresspiegelanstieg oder die Versalzung von Böden, die zu so massiven Rückgang oder Bedrohungen von Lebenssituationen führen, dass den Menschen dann in der Situation wenig anderer Spielraum bleibt, als zu migrieren. Aber in dem großen Kontinuum ist das eben nur eine Seite. Es gibt auch eine große Anzahl von Fällen, in denen der Umweltwandel mit mehr oder weniger großem Anteil zur Migrationsentscheidung beiträgt. Aber da ist es sehr, sehr schwierig, tatsächlich genaue Zahlen oder den genauen Anteil von Umweltwandel festzulegen. Fälle Fälle Zach Wind. Fälleω Fälle